Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmchen, heute mit dem Orakel Paris gegen Dortmund. Halbfinale Champions League, das Hinspiel ist ja 1 zu 0 für Dortmund ausgegangen. Mein Tipp steht hier unten irgendwo oder hier, hier unten oder hier da hinten. Ja, ich habe hier jetzt erstmal ein Booster, der Magitex Champions League, Europapokal und die Conference League. Hier sind 12 Karten drin, also falls das mit dem hier nicht aufgeht, habe ich hier noch einen zweiten. Also wir schauen mal, so da würde ich sagen, wir starten mal hinein, wir öffnen einen Booster, ich hoffe, also mein Tipp ist ja ein 1 zu 2 für Dortmund. So, ist hier irgendwie, okay. Okay, also wir haben hier, ja ich muss gucken, von, äh was ist denn das nochmal, äh, Celtic, ich bin manchmal so lost. So, hier von Celtic Glasgow, also brauchen wir schon mal nicht. Dann haben wir hier von, das Benfica Lissabon, ich glaube schon, ja. Dann haben wir hier von, das Leipzig in der Salzburg. Äh, das war so klein hier da oben links, das Logo, dass ich es nicht unterscheiden konnte. Dann haben wir hier, äh, wer ist denn das hier? Matthias Zaka Knie, keine Ahnung, zählt sowieso nicht. So, den hätten wir für morgen gebraucht. Dann haben wir hier Saul Niguez von Atletico. So, drehen, drehen, drehen. Dann haben wir hier, oh, Alain Saint-Maxime, äh, ne Maximin von Newcastle. Dann haben wir hier, oh, Phil Foden von ManCity. Sind ja nicht mehr dabei. Oh, oh, ich ziehe hier einfach eine Club 100. Uh, Alter, ist die geil. Ich habe noch keine von denen gesehen. Nice. Dann haben wir hier, oh, Cattuso. Auch nicht schlecht, geil. Cult Hero. Dann haben wir hier Schwitter Real Madrid. Battler, Jude Bellingham. Und dann haben wir hier noch, äh, Barcelona, Sergio Roberto. Also, ich muss den zweiten, äh, Booster öffnen. Ich lege die mal hier hin. Also, zweiter Booster. Muss doch mal irgendwie eine Entscheidung kommen. Ich hoffe, dass ich in Dortmund jetzt hier. So. Wir hätten hier von Ajax Amsterdam, Steven Beckwein. Ups. Dann hätten wir hier wieder von Celtic. Rio, Patate. Dann haben wir hier von Lazio. Alessio. Alessio Romagnoli. Dann haben wir hier von Porto. Diogo Costa. Diego Costa. Oh. Dortmund. Goal. Goal, 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 goal. Jamie. Äh, ja, Gittens. Kommt dann hier hin. 1 zu 0. Warte mal, das hier machen wir doch weg. Irritiert ein bisschen. Dann haben wir hier von Barcelona. Ansu Fadi. Äh. Die anderen sind alles verdreht. Haben wir hier von Liverpool. Andy Robertson. Dann haben wir hier von West Ham. Gianluca Scamacca. Scamacca. Oh, hier. Henrik Larsson. Cult Hero. Geil. Die sehen einfach geil aus. Dann haben wir hier von Man City. Rotary. Als Battler. Dann haben wir hier von... Äh, was ist denn das? Äh. Real Sociedad. Nicht schlecht. Ramiro. Als... Was ist denn das? Was ist das hier für eine Karte? Ich weiß es nicht. Ich habe von denen zu wenig geöffnet. Und dann haben wir hier noch Leverkusen. Radicke. Als Captain Karte. Ja. Somit war es das. Also Dortmund gewinnt hier. 1 zu 0. Also 0 zu 1. Und wäre somit weiter. Im Finale. Ja. Schreibt mal eure Tipps in die Kommentare. Und dann würde ich sagen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.